Hallo und Willkommen bei Game of Friends. Heute möchte ich euch WWII Rebalder vorstellen. Der Krieg ist aus, wir müssen Deutschland wieder aufbauen. Es ist zur Zeit der Prolog bei Steam erhältlich am 31. geplante Release und mich hat es mal interessiert zum Neuschauen und man denkt, ich nehme es einmal auf und stelle ich das Spiel vor und wir werden es von Anfang an gemeinsam erleben, einen Fertigkeitsbaum. Da gibt es ja schon einiges. Aber wir haben noch keine Punkte, können wir ja noch nichts machen. Collection haben wir noch nichts gemacht. Das ist noch gesperrt. West-Germany ist zum Sprinten. Bibery Tutorial Obwohl die Bodenkämpfe in deinem Heimatland Großbritannien vorbeigegangen waren, richteten die heftigen Nazi-Bombardierungen verheerende Schäden an Militär- und Zivileinrichtungen an. Da du zu jung für die Einberufung warst, beschließt du nach dem Krieg deinen Eltern auszuverlassen und am Wiederaufbau deines Landes mitzuwirken. Da steht jetzt Großbritannien, wir befinden uns aber in West-Germany. Naja, wird schon noch kommen. Starten wir mal das Spiel. Interaktive Objekte, um sie herum hervorzuheben. Okay. Willkommen bei WW2 Rebalder. Bewege hinaus, um dich umzusehen und drücke W, S, A, D, um zu gehen. Na, ist klar. Gehe zu dem Spiel im Tutorial-Symbol, um die Spielmechanik zu erlernen. Die verfügbaren Ziele werden im oben linken Eck des Bildschirms angezeigt. Du kannst zwischen den Zielkategorien wechseln, indem du U drückst. Die komplette Zügel hinter deinem Tagebuch. Tab oder J. Fürs Journal wahrscheinlich. Um das Level 2 immer, musst du alle Hauptziele abschließen. Das Abschließen von Neben- und Extra-Zielen erhöht deine Endpunktzahl und gibt dir mehr Fähigkeitspunkte. Okay, okay. Oh, da schau her. Was haben wir da? Ein Stein oder was ist denn das da? Scheint mir fast so. Drücke das linke Control, um die Objekte zu markieren, die du in den Händen halten, Werkzeuge bearbeiten kannst. Um diese Fähigkeit zu erlernen, einzusetzen, musst du warten, bis die Wartezeit abgelaufen ist. Sie wird durch das Symbol in der linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Also wenn die Objekte hervorgehoben werden, sammelbare Rohstoffe werden nicht hervorgehoben, wenn sie nicht in die Tasche passen. Ah, mh, 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 Fähigkeiten sammeln. Ja, klappen wir mal auf, was wir alles brauchen können. Gasflaschen ist nicht verkehrt. Das Werkzeug, das sind Rohstoffe, Nimm-Rohstoffe, nicht-gewiegend-Rohstoffe. Okay. In den Containern können gesamte Rohstoffe gelagert werden. Aha. Es gibt vier Container, jeder für ein anderes Rohmaterial. Brick, also Steine, Wood für Holz, Rubbles und Metall. Okay. Ich gehe zum getrennlichen Maßstab um den entsprechenden Rohstoff hineinzuwerfen. Drücke rechte Maßstab um den Rohstoff aus dem Behälter zurück in deine Tasche zu nehmen. Haben wir nicht. Bisschen Wut haben wir. Ein paar Rubbles haben wir. Metall haben wir auch ein bisschen was. Okay. Steine haben wir, gell. Ah, F, F. Ah, Steine, Steine, Steine. Steine. Aufgabe abgeschlossen. Ah, Pemsel. Da oben ist er noch was. Neue Aufgabe. Natürlich neue Dachrennen. Okay. Um das Werkzeug auswählen, öffne das Werkzeugmenü, indem du den Link alt drückst oder das Mausrück aufgedrückt hältst. Bewege das Mausrück um die Werkzeuge aus dem Werkzeugmenü zu wechseln. Okay. 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 Was braucht man denn da? Ein Schweißbrenner. Falsche Schnittposition. Wo ist die Schnittposition? Ah, das da. Ah, okay. 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 Und jetzt? Ah. Sehr schön, sehr schön. Jetzt wieder vollgericht. Deutschland ist wieder tipptopp. Danke fürs Zuschauen. Nein, leider natürlich nicht. Leider natürlich nicht. So, wo muss man jetzt ziehen? Bau den Brunnen wieder auf. Erstmal wieder sammeln. B, selber in Neuenbrunnen und einen neuen Bound. Okay. Okay. Trümmer. Holz. Holz. Nicht genügend Rohstoff. Okay. Nicht genügend Rohstoff. Lebt denn irgendwo Holz rum? Nein, Holz in der Truhe, oder? In dem Holz. Da liegt ja nichts rum, oder? Nee, gar nichts rum. Da liegt ein Stein. Und links zeigt mir jetzt, wie der Brücken wieder hochgeht. Gut, da ist es. Jetzt hat. Ich geh mir nicht hin. Ja. Tafdeckung. Basteln oder kaufen? Äh. Also, jetzt können wir da reingehen. In der Werkstatt kannst du Gegenstände mit der Konstruktionsfähigkeit kaufen oder sie aus Rohstoffen herstellen. Werkstatt, wenn du zu öffnen, geh zur Werkstatt und drücke F. Im Werkstatt findest du Gegenstände, die beim Wiederaufbau hilfreich sein können. Wie zum Beispiel Leitern. Im Baumarten findest du Gegenstände, wenn du drüber nötig werden. Dachabdeckung. In den Reitern findest du Gegenstände, oder? Gut. Also, da hingehen, laden, Dachkonstruktion. 125. Wie viel habe ich denn? 150. Äh. Aha. Dann verschiedene Ansichten, okay. Ich kaufe das jetzt. Kaufen. Habe ich das jetzt gekauft? Oder ist es dahin? Tatsachen. Du hast alle Hauptaufgaben erledigt. Dein Punkterstand? Voller Punkterstand. B1. Na ja, das erste Level haben wir ja schon mal, war jetzt auch nicht so dramatisch. Jetzt haben wir da fünf Punkte. Größere Bürste. Größere Bürste. Größere Bürste. Du willst doch nicht so viel Zeit mit dem Schuppen, auch mit dem Säuberen von Wänden verbringen. Vergrößere deine Reinigungsleistung. So. Was ist das? Wartezeit. Dann geht die schneller weg. Bis zwei Sekunden Erkennungsdauer. Reichweite. Hammerstärke. 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 Willst du schneller durch die Wände durchbrechen? Hammerstärke. Taschengröße. Das ist jetzt vernünftiger. Gehgeschwindigkeit. Nehmen wir. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Einen Punkt haben wir. Das kostet zwei. Nehmen wir das, dann geht das schnell. Nein, das kostet auch zwei. Das geht nur. Zehn Meter. Gut. Church. Die Trümmerfrauen werden in Hamburg gebraucht. Werden in Hamburg gebraucht der Stadt, die durch Alliierten Angriff brannte, Jahre bevor die Front tatsächlich ankam. Mein Mann hat damals hier gedient. Ich frage mich, ob er die Kirche am Kanal besucht hat, deren Ruine ich jetzt räumen soll. Ah, jetzt haben wir die Trümmerfrauen. Okay. Ich erinnere mich den paralyzenden Angst, den ich fühlte, in den berühmten über die Bomben in Hamburg in 1943. Mein Andreas war in der Stadt in der Stadt. Ich war vor kurzem. Ich war vor kurzem. Und dann, eine letzte Woche von Werremacht arrived. Andreas war sehr verletzt, aber nicht alive. They say all the Allies wanted at the time was to stop the Nazi U-Boat production. They succeeded, but at the same time Hamburg with its inhabitants burned almost completely. When the incendiary bombs penetrated through the cellars full of coal, all hell broke loose. Now I arrive in Hamburg witnessing the aftermath of the monstrous firestorms my husband had once encountered. Welcome to Hamburg. The other thing we have already found, the one we have already seen. The next thing we have already found. The next thing we have already found. So we are going to do it again. The inventory is full. The EQ is going to do it again. Nicht schlecht erspricht, also in dem Fall, zack, 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 dass wir schon ein wenig haben wir kaputt haben, das geht noch, das geht auch noch, den Rest haben wir jetzt gleich kurz und klar, dann haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, also jetzt haben wir einen Knull, glaube ich, haben wir jetzt nicht zu scheitern. Ja, was haben wir da? Ah, wenn ich die Mission, essen schon, ja. Da ist er mal auf ihm gekommen, alles brauche. Ich finde das cool, dass es einmal sowas gibt. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen, sowas. Wir sammeln alles, alles wird gesammelt, geben wir alles brauche in die Kirche. Was ist das? Hammerzustellungswerkzeug, mach Gegenstände, das haben wir doch gleich schon gemacht. Na, was juckt mich da am Hals? Man weiß es nicht. Das ist jetzt kaputt. Achso. Ah. Geschichte. Das ist ja cool. Auf jeden Fall jetzt mal was ganz was anderes. Ganz was anderes ist das einmal da. So, die Brücke haben wir schon fast vom Schund befreit. We make Germany great again. Ei, 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 da hon 3 dni jetzt schon durch. Nicht genug Platz. Ah, das kann man alles angenommen. Das geht auch nicht mehr, da müssen wir mehr ausladen, alles geht noch, alles geht noch. Eieieiei, da ist nichts mehr, da haben wir alles. Was ist jetzt? Gegenstände, die wir beim kaufen, Bänke und sowas, Fahnen. Okay, aber das wollen wir jetzt auch nicht, wir haben noch am Zusammenräumen. Reiß die Ruine an der Küste ab, bau die Kanalufer wieder auf, reparier die Einschläge im Kirchenschiff, bau das Innere des Glockenturms. Okay, okay, okay. Katschi, viel, viel, alles war mir drumherum, Frau. Und schon was zum Durch. So, was brauchen wir da? Steine. Dann können wir da auf der Seite noch abreißen. Jetzt ist das Sammengen auf einer anderen Taste. F ist eine doofe Taste. Hä? Ich möchte das ja nicht abbrechen, ich möchte das wahrscheinlich reparieren, oder? Ja, ich sehe das. Das können wir gleich wieder bauen, das haben wir. Das ist das mit den Steinen wieder, okay, okay. Aber erst müssen wir da noch zusammenräumen. Also, jetzt haben wir ein Knümmel. Das können wir nicht mehr zusammenräumen. Okidoki. So, das können wir wieder reparieren. Dann gehen wir wieder holzeln. So. Ah, da stehe ich an. Dann brauchen wir wieder Steine. Haben wir keine Steine? Nein, wir haben keine Steine. Wir haben keine Steine. Das haben wir keine Steine. Das haben wir keine Steine. Dann gehen wir da hinten noch schnell holzeln. Dann haben wir keinen Steine. Das haben wir keine Steine. Dann haben wir eine Steine. Dann geben wir eine Steine. Dann werden wir eine Steine. ainen Luftabbrechen. Dann haben wir eine Steina. Selbst die Sprossen werden erneuert. Da geht's halt aus. Hä? Sprechen? Hey Neue, das Gebäude ist in Reparaturbedürftig. Schau es dir mal an. Wenn du Zeit hast, passen wir auf die kaputte Treppe auf. Das ist kaum begehbar. Okidoki. Aber wieder schon. Das geht nicht auf. Das geht gleich wieder. Zerschlagen. Mehr kaputt. Ach, schau das. Da ist alles hier. Da ist alles hier. Wie geht denn das da auf? Das ist wahrscheinlich eine Zusatzaufgabe, oder? Das Gebäude da. Meine Herren, wie hoch ist denn das Gebäude? Ja, wenn du dich doch still machst. Okay, ich fahre. Wie hoch ist das? Ja, ich fahre. Ja, aber ich fahre. Ja, du bist doch hier. Ich fahre. Was hier rumliegt, ja? Ich fahre. Durchbrechen, aufbauen können wir das nicht, das ist natürlich doof. Wie können wir das jetzt aufbauen, das müssen wir auch noch alles zusammen, das ist ein Holzdeck, das können wir auch schon mit kaputt machen, dann können wir hier die Treppe reparieren. Holz, ich und mein Holz. Eieieiei, also da kann man bestimmt auf jeden Fall Fallzeit von Dadeln da in dem Spiel, und man hat irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man etwas aufbaut wird. Also hier zumindest. Aber jetzt haben wir das Treppenhaus fertig. Hübsch. Jetzt geht die Maul nicht auf. Ah, da geht's auch auf, schau. Das ist ein Radio. Ah, da muss ich mal einschalten. Aber ich schalte mal aus, wenn ich weiß, ob da wieder eine Warnung kommt hier von den Kollegen von YouTube. Mach das nicht. Mein Freund. Guck mal, irgendwas kaputt machen. Blö. Da ist ja nichts drin, was man irgendwie... Okay. Aber schön, schön eingekriegt. Also man sieht zumindest, wie das da mal war. Find's jetzt nicht schlecht. Was macht da der Anzug? So. Wenn ich mir das Holz... Ah, das Binge ist das, das mal... Die Info wieder. Ah mein. Na. Das Versteuerung hat das. Lupelglas da. Dass man Material hat gesagt, wie er bereit ist. So. Das sind die alten Balken. Aber ich freue mich ja nicht. Ich weiß nicht, ob es Sturzschaden gibt, aber das wollen wir jetzt mal nicht rausbübeln. Hoch im Dachbund. Ich weiß den ganzen Dachstuhl auch. Eiskalt. Da scheißen wir uns nix gehen. Fühlt uns dann der ganze Kack wahrscheinlich gleich mal aufs Hirn. Eiskalt. Eiskalt. Da sind wir selber die Dach weg. Da können wir mir gar nix gehen. Jetzt sind wir eh gleich wieder früh wahrscheinlich. Hoffentlich bauen wir das wieder auf, sonst sind die leider gar da über den Kopf. Wir sind schuld. Zwar nicht der Krieg die schlimmste Hektar oder ist kaputt geschlagen. Jetzt sind wir wieder soweit. Können wir wieder aufbauen schauen. Wow. Jetzt wäre mir bald aufgefallen. Ich habe schon Angst gehabt, wenn wir mal gewusst leben. Jetzt sind wir voll. Steine. Haben wir Steine dabei? Wahrscheinlich nicht genügend, oder? 14 Ziegel. Warum müssen wir aber welche holen? Da kommen wir nicht rein. Da war auch ordentlich aufgeräumt. Ziegel, 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 Ziegel. Aber Ziegel holen wir in der nächsten Folge. Also wenn ihr das noch mal sehen möchtet. Das liegt jetzt ganz an euch. Das war jetzt mal so eine kurze Vorstellung von dem Spiel. Ihr müsst jetzt entscheiden, ob ihr es sehen möchtet oder nicht. Ich werde es privat auf jeden Fall noch ein bisschen spielen. Weil es mich halt interessiert. Aber lasst auf jeden Fall ein Like und ein Kommentar da, wenn ihr es weiterhin sehen möchtet. Dann spielen wir da weiter. Und wenn ihr es nicht sehen wollt, dann sagt es mir auch in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall nett. Dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge. Und wenn ihr dann bei Wormfonds und ganz anderen Let's Plays. Los da Liked und los da Kommentar da. Und der Abo war natürlich auch wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Servus.